Und jetzt nur noch wenige Stunden bis zur großen Show da draußen an der Elbe. Wir werden von unserem Liegeplatz Richtung Landesbrücken fahren. Vom Schiff will sich eine Formation von mehreren Parkassen. Und zusammen fahren wir zu unserer Position an Landesbrücken. Dort geht es weiter mit Taufe und im Anschluss, fast halben Stunde her, Show, Licht und Feuerwerk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kaufe dich auf den Namen AIDA DIVA. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Aber an dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018